Herzlich Willkommen zu meinem ersten Video meiner kleinen Weihnachtsreihe. Der erste Advent steht kurz bevor und ich habe mir gedacht, was ist eine Weihnachtsreihe ohne eine Verlosung? Und was es zu gewinnen gibt, erfahrt ihr jetzt. Der Gewinner dieser Verlosung kann zwischen folgenden Paketen wählen. Das erste Paket besteht aus einer Flasche Belou, ein paar Süßigkeiten und einer Weihnachtskarte von mir. Ja, einer Weihnachtskarte. Ich habe mir gedacht, die Weihnachtskarten scheinen ein wenig ausgestorben zu sein. Man schickt nur noch WhatsApp-Nachrichten und SMS oben an Weihnachten und warum nicht ein Comeback der Weihnachtskarte? Also ich finde es eine ganz lustige Idee. Ich hoffe, es gefällt euch auch und das wäre zum Beispiel das erste Paket. Falls man Belou jetzt nicht mag, kann man auch das zweite Paket wählen. Einmal den Film oder die Blu-ray, 22 Jump Street, ein paar Süßigkeiten und natürlich auch der Weihnachtskarte. Und falls ein der Film nicht zugesagt hat, kann man auch die Blu-ray von Django sich aussuchen und ein paar Süßigkeiten und natürlich gibt es dort auch die Weihnachtskarte. Bei dieser Verlosung könnt ihr bis Mittwoch, den 2. Dezember um 0 Uhr teilnehmen. Der Gewinner wird dann per Facebook und Twitter von mir benachrichtigt. Und was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr jetzt. Um bei dieser Verlosung teilzunehmen, müsst ihr folgende Dinge tun. Einmal den Kanal hier abonnieren, einen Kommentar schreiben mit Ich will gewinnen und das Video teilen. Entweder per Facebook, da liked ihr am besten die Seite hier unten, die verlinkt ist in der Infobox, meine Facebook-Seite. Und teilt dort den Post von diesem Video, dann kriege ich das alles mit. Und wenn ihr es per Twitter teilt, dann entweder mit Ad DaVinci YouTube, also verlinkt mich dort, dann kriege ich das mit. Oder macht es per Retweet, dann sehe ich das auch und alles ist perfekt und ich bekomme alles mit. Falls ihr bei dieser Verlosung kein Glück haben solltet und nicht gewinnt, keine Sorge, es wird während der Weihnachtszeit nicht die letzte Verlosung sein. Und zwischen allen Mitspielenden wird es noch einen Hauptgewinn geben und welcher das sein wird, erfahrt ihr auch jetzt. Die Verlosung für den Hauptgewinn läuft bis Mittwoch, den 16. Dezember um 0 Uhr und der Gewinner wird dann auch per Facebook oder Twitter am 17. Dezember von mir bekannt gegeben. Und das wird ein Mitchell Ness Cap sein, ein Snapback, nicht Original Ness Cap, weil das ist von mir schon getragen. Es wird ein neues Cap sein, es wird Tant signiert werden von mir und ja, es wird auch eine Weihnachtskarte und auch ein paar Süßigkeiten geben. Also ich denke, das ist ein ganz cooles Paket, also seid nicht traurig, falls ihr das erste Mal nicht gewinnen solltet. Und es wird nicht die letzte Verlosung sein und wie gesagt, das ist doch ein ganz cooler Preis, oder? Falls ihr noch nicht alles verstanden haben solltet, überhaupt kein Problem, unten in der Infobox sind noch mal alle Regeln zur Verlosung drin und auch alle Infos zu mir wie Twitter, Facebook und Instagram. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben dort und schreibt es in die Kommentare und lasst auch gerne ein Abo da. Und ich freue mich sehr, wenn ihr bei der Verlosung mitmacht und viel Spaß dabei habt und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und einen schönen ersten Advent. Bis dann. Ciao. Peace.